Musik Alle Freunde des Lichts, wir haben jetzt dann Gott sei Dank mal wieder so einen kleinen Abschluss geschafft am Bau und ich kann dann auch mal wieder ein bisschen raus gehen. Manchmal geht es halt nicht so, wie man es gerne würde, draußen rumspringen, was sehr schön wäre. Manchmal geht die Arbeit vor, kennt ihr bestimmt auch. Aber damit ihr seht, was ich so mache, nehme ich euch einfach jetzt mal mit, heute. Die haben nur 25 Breite, die haben gar keine 60 Breite. Die anderen haben 60 Breite. Schätze in die 30 circa 15 South. Schauen, dass du herausbest. Datenbremium. Schätze. 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 Sollte die Wurzelnutzen Bis zum nächsten Mal. Ah, das ist überstanden. Was ist das? Mit Untertiteln von SWISS TXT Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Sollte Tränen Siegen, die Siegen, die Siegen, die Siegen, die Siegen. Die Zutaten werden mit der Zutaten verwendet, die wir in der Zutaten verwendet haben. Musik Sollte Musik So, es war jetzt wieder eine sehr schwitzige Angelegenheit. Gut bei dem Wetter, auf dem Dach arbeiten, ja, aber vielleicht habt ihr jetzt eine kleine Vorstellung von der vielen Arbeit, die wir zu bewältigen haben. Es gibt jetzt dann nächste Zeit wieder ein bisschen gemäßigtere Zeiten und dann kann ich auch wieder ein bisschen was anderes machen. Die Prepper-Geschichte hängt noch ein bisschen, das Buschkraften hängt für mich hier im Kopf, vor allen Dingen ein bisschen, ich werde gern wieder raus. Ich muss wieder raus, muss mir wieder, boah, freien Lauf lassen. Vielleicht was Interessant für dich, würde mich freuen. Für uns war es sehr interessant, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.